Ja, 14 und 30, dann machen wir es da, ja. Dann achten wir einfach nach Osten und Westen aus. Okay, Befehl ist da, Point for Interest 14 einnehmen. Wir verteidigen nach Südwesten und Südosten. 14 und 30 sind unsere beiden. Der andere Pant ist auch im Weg. Zuverstanden. Ähm, Welt, sagst Bescheid, wenn ihr eine gute Stelle habt. Ja. Ah, da kommt auch gut voran. Ja, hier ist ganz gut. Hier dann in die Lücke, rechts ins Haus stellen. Das ist die Frage, wie gut die Sicht hier ist. Ah, es geht. Ziemlich offen. Ja, zumindest nach rechts kann man gut sehen. Bisschen weiter zurück. Wir schauen viel zu weit draußen vor. Also schön, ruhig, so, dass man hinters Haus kommt, quasi in Gefahr. Ja, das reicht. Na, genau. Also ich bin nach jedem Treffer ein Stück Panzerspult. Also ich bin die Mörs genug hier. Tja, dann haben wir aber hoffen, dass du ganz schön fett wirst heute. Bin ich mal gespannt. Habe sich nicht tief aufgeteilt. Ja. Scheint, als wäre es im Osten jetzt schon spaßig. Zumindest schießt er die 8-8. Äh, wer ist der Team? Wer? Ähm, Scorpion Hunter. Ach, Stream. Ah ja. Ne, gar nicht wahr. Ja, aber die können was. Stream? Ja, gut. Ja, ich glaube, alle können hier was auf dem Server aktuell. Na ja. Da hast du ein Feind ganzer gesüchtet. Ne, die ist. Ja, das ist aus Hans aufgeklärt. Bestanden. Ich würde empfehlen, haltet euch erstmal bedeckt und lasst den Osten machen. Scheiße. Zur Info, wir haben den Tiger im Osten verloren. Also vielleicht doch nach Osten orientieren und versuchen, die von der Seite aufzuhalten. Zumindest bis der Tiger wieder am Start ist. Ja, dann sind die wahrscheinlich zu mehreren im Osten unterwegs eben. Das ist tatsächlich schlecht. Ich habe unseren Jungs jetzt gesagt, also Adler soll mal rüber und von der Seite zusehen, dass sie den Osten decken können. Vielleicht geht da ja was. Ja, bestätige. Lass ihn rauskommen. Gleichhöhe Windmühle. Ja, bitte wiederholen. Okay, Turm drauf einregen. Da kommt noch ein Cromwell, ja, richtig. Zur Info, zwei Cromwells bewegen sich von Leest auf euch zu. Zwei Cromwells bewegen sich von Leest auf euch zu. Wenn es endlich Feuer öffnen. Ja. 400 Meter. Ja, ist der feindliche Panzer immer noch an der Position. Feindlicher, Daimler, zerstörter. Ging dahinter durch. Entschuldigung. Wait. Östlich von dir fährt ein Firefly rum. Verstanden. Was heißt östlich? Östlich der Stadt oder in der Stadt? Östlich Central East. Ich kann dir nicht sagen, wo er sich jetzt hinbewegt. Ich vermute, er wird Central East so gut kennen. Okay, Jungs. Ihr müsst nach Osten raus. Irgendwo östlich Central East ist ein Firefly unterwegs. Geht ihn mal euch holen. Achtet nur auf eure rechte Seite, wenn ihr da durchfahrt. Wir haben hier drei Cromwells im Süden. Die versuchen wir mal auszuhalten. Aufzuhalten. Aushalten auch. Okay, ich schicke Adler rüber. Wir kümmern uns um die Cromwells. Die sollen aber erstmal mit den Stux gebunden werden. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir haben Fireflies hier seitlich. Wir müssen als Springer erstmal ausharren. Zumindest bis der Tiger wieder am Start ist. Naja. Wait. Westlich von dir befindet sich ein Firefly irgendwo an der Stadt. Position unaufgeklärt. Vorsicht, halber auf halb ein bisschen. Vorsicht in der Stadt, Firefly gemeldet. Scheiße. Ja, der ist direkt vor uns. Wir haben Firefly am Adler dran. Die rücken in die Stadt ein. Kommt ihr damit klar, sonst kommen wir zu. Wir haben hier noch einen Scound. Okay. Ähm. Scheiße. Panzer Marsch vorwärts links in die Stadt. Wir haben einen Firefly an der Backe und einen Stacker in der Stadt. Die Cromwells, da kümmern sich die Stux jetzt drum. Das ist kein Stück mehr rum. Okay, ich sehe nichts. Ja, gesehen. Da links, links, genau, Daimler. Turm eindrehen und schießen. Scheiße, okay, Panzer Marsch. Zurück. Turm auf 12. Wanner eindrehen, Turm auf 12. Der hat uns nicht gesehen. Geicht aus, halb 10. Haben wir noch einen Daimler. Der jagt euch scheinbar. Der ist jetzt quasi südwestlich von euch. Okay, langsam vor. Und dann links um. Wir gehen wieder zurück hinter die Häuser. Da haben wir nämlich hier Hauptkampfwanze unterwegs. Sehen ihr? Dann Feuer aufnehmen. Hier rechts rein. Der fährt Richtung West weiter. 2. Ja, verstanden. Gut, Panzer Halt. Feuer. Kommandant ausgefeilt. Der kommt ungefähr bei Friedrich 6, 8, 7. Der kommt auf euch zu. Der hängt fest. Machen wir fertig. Der hat einen schlechten Tag. Kurze Frage. Dürfen wir eigentlich ausstecken und kaprieren? Ja. Gut. Weiter vor. Nach Norden raus. Ja, Daimler. Direkt voraus. Zehn nach 12. Zehn vor 12. Daimler hier in Nord-West. Ich von euch. Von uns. Mein Fehler. Weiter vorfahren. Halt. Hier in der Lücke. Perfekt. Wird schon bekämpft beim anderen Panther. Schöner Schuss. Vernichtet. Gut. Okay, nach Norden raus. Daimler und Staggern sind vernichtet. Daimler und Staggern sind vernichtet hier in der Stadt. Und der Firefly. Firefly auch. Geht mal reparieren. Ja, gute Arbeit. Ja, verstanden. Passt gerade zurück. Okay, wir halten jetzt hier ein bisschen im rückwärtigen Raum bei der Windmühle. Und warten einfach mal ab. Bitte zur Windmühle hoch, damit wir manövrieren können im Notfall. Ja, immer noch schwere Panzer scheinbar im Süd-Osten unterwegs. Okay, ein Panther muss sich zurückziehen. Der andere Panther hält jetzt erstmal ein bisschen im Rückraum Central. Setz uns als Springer ein. Da, wo es brennt, gehen wir hin. Hier ist perfekt. Gab's eine Meldung? Zurückziehen, zurückziehen. Einfach rückwärts. Hinter die Windmühle. Ja, einfach zurück. Hast du gesehen, was es war? Vermute Firefly. Hinter Windmühle am Gebüsch, linke Seite. Verstanden. Okay. Ja, wir warten erstmal.